Jeep macht nicht nur Autos, es gibt nun auch E-Bikes. Eines davon ist das Fold FR 7000 Faltrad mit besonders tiefem Einstieg und integriertem 374,4 Wattstunden Akku. Markant sind die breiten 20 Zoll Reifen sowie insgesamt das Offroad-artige und unserer Meinung nach sehr gelungene Design im lässigen Jeep-Style. Antriebsseitig setzt Jeep beim knapp 27 Kilogramm schweren Fold FR 7000 nicht auf ein Mittelmotorsystem, sondern verbaut einen Hinterrad-Nabenmotor in Kombination mit einer einfachen Siebengang-Shimano-Kettenschaltung. Der Akku sorgt laut Hersteller für eine Reichweite von bis zu 80 Kilometer und kann auch entnommen und extern geladen werden. Wie immer bei E-Bikes hängt die Reichweite von sehr vielen Faktoren ab, etwa Topografie, Unterstützungslevel, Zuladung etc. Am Lenker ist ein kleines Bedienpanel angebracht, wo der Motor zugeschaltet wird und die wesentlichen Settings und Infos untergebracht sind. Etwa die Wahl der Unterstützungsstufen 1 bis 5, Geschwindigkeit, Akkuladestand oder Licht an-aus. Im Fahrbetrieb merkt man schnell, dass die Unterstützung des Hinterrad-Nabenmotors, wie bei vielen anderen Modellen mit solcher Antriebstechnik, verzögert einsetzt. Daran muss man sich gewöhnen, um etwa auch beim Wegfahren in hohen Unterstützungsstufen den verzögert einsetzenden Kraftschub unter Kontrolle zu halten. Was diesem E-Bike sicher gut stehen würde, ist ein Mittelmotorantrieb eines der namhaften Hersteller, etwa als Ausstattungsoption für die Kunden. Das würde zum Fold FR7000 und auch zur Marke Cheap sicherlich sehr gut passen und wäre ein attraktives Update im Rahmen einer Modellpflege. Der durchaus hörbare Nabenmotor verfügt über 40 Newtonmeter Drehmoment, was für die wahrscheinlichen Einsatzbereiche des Fold absolut ausreichend ist. Schließlich geht es mit diesem Rad wohl nicht auf lange Bergetappen. Man wird damit eher auf flacher oder hügeliger Kurzstrecke unterwegs sein, am Arbeitsweg oder in der Freizeit. Der Faltvorgang gestaltet sich recht einfach. Sattel, Pedale, Rahmen und Lenker werden in ihre Faltpositionen gebracht und schon erhält man ein handliches Paket mit den Maßen 78 x 90 x 40 cm. Wir haben das Fold FR7000 problemlos und ohne Umklappen der Rücksitze in den Kofferraum eines Honda Jazz bekommen. Größere Autos können wohl auch zwei Fold im Kofferraum beherbergen. Und der Transport in den Öffis ist auch kein Problem. Selten bei einem Elektro-Faltrad, aber ein angenehmes Plus, die Federgabel vorne für mehr Federungskomfort. Gerade auf schlechten Straßen oder auf den holprigen städtischen Radwegen eine angenehme Zutat. Auch cool designt der Sattel. Und der robuste Gepäckträger mit bis zu 25 kg Zuladung. Das Fold verfügt weiters über Scheibenbremsen vorne und hinten, zwar nicht High-End-Modelle, aber immerhin. Insgesamt entsprechen sowohl Komponenten als auch Fahrverhalten dem relativ günstigen Preisniveau des Fold, das zu Redaktionsschluss um 2.099 Euro angeboten wurde. Nur zum Vergleich, das top ausgeführte und mit hochwertigen Komponenten ausstaffierte E-Faltrad Tern Vectron S10 kostet knapp 3.800 Euro. Das Fold FR 7000 ist da fast die Hälfte billiger. Dafür bekommt man ein außergewöhnlich gestyltes, kompaktes E-Faltrad, das zu Recht die Blicke auf sich zieht. Design, Farb und Formgebung sind ausgesprochen gelungen. Der integrierte Akku und der unauffällige Hinterrad-Nabenmotor lassen das Fold FR 7000 erst auf den zweiten oder dritten Blick als E-Bike erkennen. Der tiefe Einstieg mit dem nach unten gezogenen Rahmen bietet hier aber nicht die Fahrstabilität eines stärker verstritten Rahmens. Aber dieses E-Faltrad wird man wohl hauptsächlich deshalb kaufen, weil es cool aussieht, sich einfach falten lässt und weil es eben das lässige Cheap-Marken-Image mitbringt. Und all das zum Preis von, bei Redaktionsschluss, 2.099 Euro. Cheap E-Bikes werden übrigens für den österreichischen Markt derzeit, Frühjahr 2021, online auf der Cheap E-Bikes Website zum Kauf angeboten. Cheap E-Bikes 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 Vielen Dank.